Willkommen zurück zum Okichau-Podcast. Wir sprechen heute über Liam Payne. Wir hatten letzte Woche Donnerstag ein Video zu den Ereignissen rund um seinen Tod zusammengefasst. Und die wildesten Spekulationen, die keinen Sinn ergeben haben. Genau. Und wir dachten, weil wir das echt spannend fanden und weil wir uns auch in dieses Thema reinfuchsen wollten, weil wir sind keine One-Direction-Fans, erst einmal vorab, wollten wir uns da reinfuchsen und gucken, okay, was könnte es damit auf sich gehabt haben. Viele von euch haben uns auch sehr viele Tipps geschickt. Erst einmal danke an alle da draußen, die uns dabei geholfen haben zu recherchieren. Bevor es losgeht, abonniert diesen Kanal, diesen Podcast. Den könnt ihr auch überall da hören, wo es Podcasts gibt. Spotify, Apple Podcast. Wir freuen uns auch immer über eine 5-Sterne-Bewertung. Ansonsten, ihr findet uns auf Instagram und TikTok unter okichau-podcast. Und wir freuen uns auch, wenn ihr hier kommentiert, mit uns gemeinsam diskutiert. Wir bitten auch um Respekt. Das ist natürlich ein heikles und sehr sensibles Thema, aber auch was sehr kontrovers ist. Und verzeiht uns, wenn wir vielleicht ein paar Dinge falsch gemacht haben. Also wir haben so gut recherchiert, wie es nur geht, aber wir merken dann schon, dass wir dann, dadurch, dass wir nicht live dabei waren, zu der großen One-Direction-Zeit, zu allem, was so passiert ist, und wir Dinge aus dem Jetzt untersuchen, werden wir vielleicht Dinge vergessen. Schreibt uns das gerne in den Kommentaren. Wir wollen dazulernen. Und wir haben noch eine kleine Erinnerung. Diese Woche kam kein Okichau-Podcast raus, sondern unsere erste Laber-Podcast-Folge. Wir haben noch keinen Namen für dieses Format. Wir sind auch verkleidet. Fragt nicht. Halloween. Dann sagt man Halloween. Genau, richtig. Und wir wollen dann gucken, ob euch das gefallen würde, was ihr so sehen wollt, hören wollt von uns. Dann könnt ihr uns besser kennenlernen. Wir erzählen so von unserem Influencer-Leben. Wir waren auf einer witzigen Veranstaltung. Ja, genau, darüber reden wir. So, Joke Ende. Okay. Wir sprechen jetzt über seine Kindheit und The X Factor. Liam Payne wurde drei Wochen zu früh im Jahr 1993 in Wolverhampton geboren. Die Tatsache, dass er zu früh geboren wurde, führte dazu, dass er als Kleinkind unter gesundheitlichen Problemen litt. Eine seiner Nieren war vernarbt und funktionsgestört. Und er bekam wohl als Kind bis zu 32 Injektionen in den Arm. Oh nein, der Arm. Über sein Leben mit dieser Diagnose erklärte er, dass er noch beide Nieren hat, aber besonders stark auf seinen Lebensstil achten muss. Er trinkt kein Alkohol, natürlich keine Drogen und muss viel Wasser trinken und generell einfach einen healthy Lifestyle aufrechterhalten. 2012 gab es aber dann die gute Nachricht und seine Niere sei wohl voll funktionsfähig gewesen. Dennoch, 2023, elf Jahre später, sagte er seine Südamerika-Tournee ab, nachdem er wegen einer schweren Niereninfektion ins Krankenhaus eingeliefert worden war. Ach, daher kam das. Er schreibt oder er schrieb, Schweren Herzens, muss ich euch mitteilen, dass wir keine andere Wahl haben, als meine bevorstehende Südamerika-Tour zu verschieben. In den letzten Wochen war ich mit einer schweren Niereninfektion im Krankenhaus. Das wünsche ich niemanden und die Ärzte haben mir verordnet, dass ich mich jetzt ausruhen und erholen muss. Ich war mehr als aufgeregt, für euch zu spielen. Vielen Dank, wie immer, für die Liebe und Unterstützung und ich freue mich darauf, euch bald wiederzusehen. So, jetzt wieder zurück. 2008, mit 14 Jahren, bewarb er sich dann bei The X-Factor und da gibt es auch Clips von auf YouTube und da lernen wir auch, da lernen wir auch deine zukünftige Ehefrau Cheryl Cole kennen. Das ist total witzig, das anzugucken, zu schauen, er zwinkert ihr dann auch so richtig zu, wank und siehst so, mhm, mhm, mhm. Und links hin und so, da stimmt was nicht, aber es ist alles halb so wild. Also ich finde von, also diese ganzen Grooming-Allegations und so, ist ein bisschen, bisschen too much. Genau. Beim Kampf um den Platz bei den Final Twelve wurde Liam Simon zugeordnet. Dort kämpfte er in Barbados um einen der drei Plätze an Simons Seite. Er war zu dem Zeitpunkt 15 Jahre alt. Leider gab es für ihn das Nein. 2010, mit 16 Jahren, versuchte er es erneut und bekam vom Publikum und Simon eine Standing Ovation und viermal das Jahr, als der Cry Me A River von Michael Bublé sang. Mhm. In diesem Jahr nahmen auch vier weitere Boys bei The X-Factor teil. Das waren Harry Styles, Zayn, Malik, Louis Tomlinson und Niall Horan. Mhm. Hab ich richtig ausgesprochen? Das sind sehr Schwierigkeiten mit den Namen jetzt. Ich hab generell Schwierigkeiten mit allen Namen. Aber ich muss sagen, wenn man die Namen so hintereinander liest, das sieht echt alles so voll cool aus. So, als ob das so perfekt ist. Pass auf. So. Okay. Die fünf Jungs sangen als Bolo-Künstler vor, wurden aber dann im Laufe des Wettbewerbs als Gruppe von Gastjurorin Nicole Scherzinger zusammengeworfen. Mhm. 2022 veröffentlichte The X-Factor UK ein noch nie zuvor veröffentlichtes Video, auf dem wir sehen, wie die Jury diese Band zusammenbringt. Wir sehen, wie sie ihre Favoriten zusammenpacken und so zufällig untereinander packen und dann dabei sehen, wie gut und süß diese Boys zusammen aussehen. Nicole erklärt dann, dass sie kleine Stars sind und sie deswegen zusammengehören und betont auch, wie gut sie zusammen aussehen. Sie sind so süß zusammen. Voll. Während des Gesprächs erkennen sie dann auch, wer selbstbewusst ist, wer schüchtern ist, wer der Leader dieser Band sein könnte und wie sie zusammenpassen. Sie sagt auch, dass Liam der Leader der Band sein könnte. Die Band bestand nun aus diesen super süßen Boys, die wir über X-Factor als Freundesgruppe und halt auch Band kennenlernen durften. Sie bekommen ein Umstyling, regelmäßiges Gesangstraining, es wird gemeinsam gekocht. Also wir werden so richtig mitgenommen. Und als Zane dann während der Proben fürs Halbfinale fehlt, wirken die Jungs auch während der Interviews sichtlich mitgenommen und erzählen, dass sie halt ihren Bruder vermissen. Ach, wie süß. Ja. Voll schön. Also diese ersten parasozialen Beziehungen entwickeln. Man hat so ein Gefühl für diese Jungs. Aber das haben die auch richtig gut aufgezogen bei The X-Factor. Aber das, also, ja gut, das ist schon geplant, aber irgendwo auch organisch. Also kommt so rüber. Simon betont nach ihrem Auftritt, dass sie eine tolle Work Ethic haben und sich wahnsinnig professionell und Erwachsenen verhalten hätten. Und sie schaffen es dann auch ins Finale. Im Finale merkt man dann auch, wie krass diese Band ankommt. Also das Publikum rastet aus, vor allem die Frauen kreischen um die Wette. Selbst die Jury betont, dass es seit Langem nicht mehr eine Band gab, die so begeistert hat. Sie dürfen sogar im Finale mit Robbie Williams auftreten. Sie gewannen zwar nicht, schrieben dennoch Geschichte und bekamen den dritten Platz. Kurz danach unterschrieben sie bei Cowell's Plattenlabel Seaco und wurden dann von Modest Management betreut. Damit ist dann auch One Direction geboren. Der Rolling Stone schrieb im Juli 2020, dass One Direction eines der besten Rockbands des 21. Jahrhunderts sei. Das fand ich krass. Aber die Lieder sind auch so cool. Let me light up my world like nobody else. Sing doch mit. Ich kenne die Lieder. Also One Direction ist komplett an mir vorbeigezogen. Ich habe Abi gemacht 2012. Ich bin sogar jünger als ich. Ja, ja. Aber ich habe dann zu der Zeit irgendwie Abi gemacht und habe die gar nicht mal mitbekommen. Ich war mit meinen eigenen Problemen beschäftigt. Ja, kann ich bezeugen. So, bis zu ihrem Auftritt am 31. Dezember 2015 veröffentlichten sie fünf Alben und tourten die Welt viermal. Boah. Was sie von den anderen im Pop unterschied, ihre Musik war im Gitarrenrock verwurzelt. Der Songwriter Savan Cotera erklärte, dass in den 2010ern jeder Musik wie Rihanna machte. Das war halt so Dance-Pop. Da die Boys halt nicht tanzen konnten und wollten, war das halt eben keine Option. Er und Simon verglichen die Band mit den Beatles und den Monkeys und mit ihnen kreierten sie halt gemeinsam halt fröhliche und poppige Gitarrenmusik. Aber das hat auch so gut gepasst. Sie hatten ein richtiges Alleinstellungsmerkmal. Wahnsinn. Ja. Der Artikel erklärt, dass ihre Musik ganz bewusst so simpel gestaltet wurde. Sie sollte das Gefühl vermitteln, dass man diese Musik selber machen kann. Das Ziel lautete, junge Menschen nehmen die Gitarre in die Hand, können das machen, auf YouTube reinstellen und so gehen dann die Videos und die Songs viral. Um sich als Band und Künstler zu finden, probierten sie halt auch vieles aus. Die haben halt auch so den Prozess erklärt, die Songwriter. Harry war zum Beispiel furchtlos. Liam war der perfekte Songstarter. Zayn war in der Lage, High Falsetto zu singen. Louis fand seine Stimme mit Change Your Mind und Neil lernte das Gitarren spielen. Als er am 11. September 2011 What Makes You Beautiful in der UK released wurde, landete er auf Platz 1 der Single Charts. Auch spannend, man plante mit ihnen eigentlich nur, in den UK durchzustarten und vielleicht Amerika und vielleicht Europa. Man wollte, man hat nie geplant, nach Amerika zu gehen, weil man vor allem diesen amerikanischen Sound nicht haben wollte. Wir lernen die Jungs also nicht nur musikalisch und auf der Bühne kennen, sondern auch auf Social Media. Sie posten lustige Videos voneinander, die auch viral gehen, so wie das Video mit Kuchan What's Happening Boys? What's Happening? Nicht Kuchan, Korterra, sorry. Korterra erklärt, dass die Boys halt einfach wussten, wie man mit den Fans kommunizieren kann und dass sie dabei auch stets authentisch waren. Also wenn die Kamera ausging, haben die jetzt nicht ihr Verhalten verändert. Sie waren halt wirklich so. 2011 machen sie dann auch Geschichte mit ihrem Album Up All Night, mit dem sie als erste britische Boy, Band in den US-amerikanischen Charts auf Platz 1 landeten. Nach dem dritten Album ging es dann ums Erwachsenwerden. Und daher geben die Songwriter Louis den Credit, der als Ältester der Truppe sie so in diese Richtung gelenkt hat und sie dabei begleitet hat, erwachsen zu werden. Auch musikalisch erwachsen zu werden. Über den hohen Workload wird positiv in diesem Artikel gesprochen. Was ich halt krass fand ist, sie arbeiten durchgehend und überall. Sie schreiben, sie produzieren, sie sind am Reisen und halt... Machen Presse. Machen Presse. Machen Presse. Machen Presse. Und alles parallel. Während der Produktion von 4, das soll wohl auch das teuerste Album von denen gewesen sein, beginnen dann wohl anscheinend die Spannungen untereinander. Und laut des Artikels hört man das auch aus den Songtexten heraus. Da singen die zwar bei einem Song über eine Freundin, aber es geht auch irgendwie um die Gruppe und über die Freundschaft untereinander. Songwriter Julian Bunetta erklärt, wie schwer es den Jungs fiel, sich zu entwickeln und zu entfalten und dabei noch miteinander klar zu kommen. Das erfahren wir ja auch in späteren Interviews mit Liam. Genau. Zanes Abgang kam nicht überraschend, weil er schon länger etwas Eigenständiges machen wollte. Dennoch war das ein großer Schock und eine große Enttäuschung für die Jungs. Über Liams Rolle bei One Direction wissen wir vor allem im Nachhinein, dass er über 30 Songs mitschrieb, dass er Daddy Direction genannt wurde. Also er hat so die Vaterrolle angenommen und die Band um ihn herum gebaut wurde. Das und das wusste ich nicht, als ich das Impulsive-Interview gesehen hatte. Dafür hat er ja auch sehr viel Shit abbekommen. Auf einem Blog habe ich auch gelesen, dass er dann mit Harry ausgetauscht wurde, weil er ein Sexsymbol war. Das ist auch etwas, worüber ich immer wieder gestolpert bin, dass der damals 16-jährige Harry immer wieder sexualisiert wurde und als Womanizer dargestellt wurde, was ihm super unangenehm auch war. Weil er dieses schöne Gesicht hat und einfach so diese langen Haare und immer was anders war. Ja, aber das ist eklig. Ja. Generell wie Teenager und Kinder sexualisiert werden in Hollywood. Ja gut, darüber haben wir ja zu Hause gesprochen. Seine Karriere nach One Direction wird als sehr divers beschrieben. Er macht Popmusik, Hip-Hop, Latin und auch Elektro. Dennoch, der große Erfolg wie zu One Direction-Zeiten bleibt aus. Und obwohl die Band dann auch 2016 final auseinanderbricht, bleibt ihnen ihre Fangemeinde treu. Und das muss man denen halt echt lassen. Die reden alle noch Jahre später darüber. Ja, klar. Das ist immer noch Thema. Die haben auch alle noch ihren, also es gibt ja so diese Net Worth-Artikel, wie viel wert sind die? Und selbst Liam, der das schlusslich bildete, war immer noch 70 Millionen Dollar schwer. Aber konnte sich ja kreativ dann nicht mehr so austoben. Also hat sich ausgetobt, aber hatte diesen Erfolg nicht mehr. Und danach ging es ja mental für ihn bergab. Eben. Die Schattenseiten des Ruhms. Nach dem Ende von One Direction und der neu gewonnenen Freiheit erfahren wir natürlich mehr über diese Zeit. Zane erklärte im Call Her Daddy Podcast, dass er aufgehört hatte, weil sich die Politik, nicht Politik, Politik, sondern die Politik innerhalb, ja, One Direction, Management und so verändert habe. Er habe Dinge beobachtet, die ihm auch Sorgen bereitet haben und hat einfach ganz klar gesagt, ich verlasse als erstes dieses Schiff. Auch ganz egoistisch. Also jetzt meine ich jetzt gar nicht werfen, sondern so hat er auch gesagt, das war eine sehr egoistische Entscheidung. Und das ist auch okay. Genau. Ihn hat auch immer aufgehalten, dass er musikalisch sich nicht entfalten konnte und auch nie gewertschätzt wurde. Und er hat auch gesagt, ja, sie hatten auch alle so ziemlich die Schnauze voll voneinander. Er musste sich auch sehr viel Shit anhören, nachdem er gegangen ist. Er wurde als Ungrateful Traitor bezeichnet. Als undankbarer Verräter? Ja. Oh mein Gott. Und musste sich auch ständig so Terroristen-Jokes geben aufgrund seiner Herkunft? Was? Ja. Ja, Rassismus, ne? Ja, aber, ja okay, doch ganz ehrlich. Wir erfahren auch, dass er unter einer Essstörung und Anxiety litt. Ersteres als Resultat über den absoluten Kontrollverlust. Also das wird auch immer wieder erklärt, dass die Jungs keine Kontrolle über nichts hatten. Nicht, was sie anziehen können, nicht, was sie tun können. Das Image nach außen, gar nichts. Das war wohl richtig, richtig krass. Vor allem Liam gerät in Kritik, weil auch er offen über die Zeit bei One Direction spricht. Und er fängt so ab 2019 an, darüber zu sprechen. Dem Men's Health Australia erklärte er im Juni 2019, dass der plötzliche Erfolg der Band eine erschütternde und einsame Erfahrung war. Und man merkt auch, vor allem bei Liam, weil Zane habe ich mir jetzt nicht explodiert angeguckt, immer wenn er ehrlich über die Zeit spricht und sie nicht nur positiv beschreibt, boah, dann kracht es in den Kommentaren. Also man will es partout nicht hören, dass es diesen Jungs nicht gut ging. Und das finde ich crazy, wenn man bedenkt, dass Fans doch einen lieben, und dass es doch um mehr als um das Entertainment geht. Also das fand ich sehr, sehr spannend, weil wenn ein Favorite Artist von mir irgendwie über mentale Gesundheit spricht, dann denke ich mir so, wow, krass, okay. Also gut, wir könnten das ein bisschen vergleichen mit Doja Cat vielleicht, weil sie hat ja auch darüber gesprochen, dass sie ihre alten Songs performt hat, also um halt Geld zu verdienen, dass es ihr aber damit nicht gut ging, also habe ich zumindest rausgehört, und dass sie sich mit den Songs, die sie jetzt macht, viel mehr ausdrücken kann. Und das macht schon so ein bisschen was kaputt irgendwo, wenn du die Songs geliebt hast und dann mit deiner eigenen Erinnerung verbunden hast. Aber bei Doja würde ich nochmal sagen, ist nochmal ein bisschen was anderes, weil sie auch sehr abfällig gesprochen hat. Sie war auch gemeint für ihren Fans. Genau, man konnte nicht einschätzen, okay, also gut, sie war gemeint zu den vermeintlichen Fans, diese Fans, von denen du ja auch sprichst, die kein Interesse haben an den Künstler, sondern einfach nur das Bild aufrechterhalten wollen, und sobald sie dem Bild nicht mehr entsprechen, dann hassen sie dich. Also es ist ja krass, du kannst doch nicht ein Riesenfan sein von One Direction und dann rassistische Witze bringen, das kannst du nicht machen. Oder halt jemanden ungrateful traitor nennen. Ja, genau. Oder halt drauf rumhacken, wenn jemand halt sagt, boah Leute, mir ging es nicht gut zu der Zeit. Und die meinen wir nicht alle. Genau, richtig. Da haben wir wieder das Phänomen, die werden nicht als Menschen angesehen, das sind Produkte, die müssen funktionieren, da gibt es keine Nuancen. Es ist so, wie ich denke, wie es ist. Aber in Wahrheit kennen wir alle unsere Lieblingskünstler nicht. Ja, wir sind ja auch große Fan von Trixi und Katja und als Trixi jetzt auch ihr Sabbatical angesagt hat, war ich so, ja geil, endlich macht sie mal Urlaub. Ja, voll schön. Trixi arbeitet so viel oder auch als du meintest, Katja ist wieder in Rehab und so, also das fand ich so krass. Ich hoffe, dass es ihr gut gehen wird. Genau, also so wie ich, gut, wir sind aber auch erwachsen und wir fühlen ja auch mit und wir hoffen aber trotzdem, dass dieses Duo ja aufrechterhält, dass es erhalten bleibt, weil das ist so unser Ding. Aber mich überrascht es trotzdem. Also die One Direction Fans sind ja auch mit denen ja älter geworden und dass sie sich weiterhin so verhalten haben. Naja. Ja. Er wusste halt nicht mit dieser, ja mit diesen starken Emotionen, die er zu sehen, Liam, die ich gerade noch bei Liam, genau, nicht umzugehen und begann zu trinken. Er schreibt, und ich zitiere ihn, wenn man aber hunderte von Konzerte gibt und jeden Tag zur gleichen Zeit dieselben 22 Lieder spielt, muss man da rausgehen, auch wenn man nicht glücklich ist. Es ist fast so, als würde man das Disney-Kostüm anziehen, bevor man auf die Bühne geht. Und unter dem Disney-Kostüm war ich ziemlich oft angepisst, wenn man nicht anders verstehen konnte, was los war. Die waren auch super jung. Ich meine, es hat Spaß gemacht. Wir hatten einen Riesenspaß, aber es gab bestimmte Teile, die einfach ein bisschen giftig wurden. Und das fanden Fans nicht so cool. Nicht alle, ein Teil der Fans. Ja, weil sie fühlen sich dann hintergangen und sagen so, okay, ich habe dich so gefeiert und ja, aber sie hätten ja auch nicht sehen wollen, dass es ihm nicht gut geht. Er hatte nicht das Gefühl, Kontrolle darüber zu haben, was geschah und bis heute fällt es ihm schwer, Nein zu sagen, weil er Leute nicht im Stich lassen möchte. Das Interview gibt es nicht mehr, interessanterweise, aber es gibt einige kleine Zusammenfassungen davon. Im Oktober 2019 spricht er auch bei The Jonathan Ross Show über seine Freundschaft zu Louis und erklärt ehrlich, dass es mit Zane nicht gut auseinanderging. Auch etwas, was Leute nicht okay fanden, dass er schlecht, schlecht, vermeintlich schlecht über Zane spricht. Im November 2019 spricht er auch mit dem GQ Magazine über seine erste Therapiestunde nach dem Ende von One Direction und dass er zu dem Zeitpunkt nicht wusste, was er an sich mag. Er wollte es sich selbst beweisen und kein Alkohol trinken, hat es aber nur ein Jahr geschafft, weil er sich halt in der Zeit von allem abgekapselt hat. Das wiederholt er später auch, wie schwer es ist. Also das ist ja die größte Herausforderung beim Alkohol, dieses Social Drinking. Genau. So konnte er nicht mehr leben und jetzt versucht er sein Leben zwischen Party, Animal und Gym Red zu navigieren. Das war so eine Phase, wo er super viel Sport gemacht hat. Interessanterweise redet er in diesem Interview dann in den höchsten Tönen über Zane. Wahrscheinlich als... eine krasse Reaktion darauf. Weil das finde ich sehr spannend. Liam muss nur einen Hauch von Negativität andeuten in der Vergangenheit und die Leute sind super angepisst. Im Dezember 2019 erklärt er in der Sendung This Morning, dass er nach dem Ende der Band in Therapie gehen musste, weil er nicht mehr klarkam, dass das alles vorbei ist. Er wusste nicht wohin mit sich und im Zuge dessen sprach er auch über das Thema Alkohol. Alkohol sei für ihn eine Möglichkeit gewesen, mit seinen Emotionen klarzukommen. Er habe immer noch Kontakt zu Luis, die scheinen generell super close gewesen sein, weil er wie Liam sehr vieles durchging. Durchmachte. Durchmachte. Im selben Monat erzählte er dem Guardian, dass ihm Epilepsie-Medikamente als Stimmungsstabilisatoren verschrieben wurden, die seine Aussage nach seine kognitiven Fähigkeiten bei bestimmten Lichtverhältnissen beeinträchtigen. Wobei, es wurde ihm nicht verschrieben, sondern gegeben. Ja, okay. Deswegen, wir können, also das hatte sich in dem Interview eher so angehört, als ob jemand ihm das gegeben hat. Ja. Aber das unterstelle ich jetzt, das ist eine Spekulation, weil er hatte ja keine Epilepsie. Genau. Ihm wurde das gegeben, um seine unkontrollierbaren Höhen und Tiefen zu regulieren. Also quasi ein junger Mensch, der emotional ist und den man halt stilllegen möchte. Das ist es. Der soll funktionieren. Ja. Das Spannende war halt, dass er dann halt mit Lichtverhältnissen und kognitiven Fähigkeiten, je nachdem, wie das Licht dann auf ihn fiel, meinte er, konnte er sich zum Teil an seinen eigenen Namen dann nicht melden und konnte Interviewfragen nicht beantworten. Boah. Heftig. Gruselig. Ja, richtig schlimm. Ant Middleton erzählte er, dass ihn die Einsamkeit, die mit dem Ruhm einherging, fast umgebracht habe. Als Middleton ihn fragte, ob er diesen Gefühlen nachgehen wollte, sagt er 100 Prozent. Das heißt, wir wissen eigentlich, dass wir hier einen Mann haben, dem es gar nicht gut ging und immer noch nicht richtig gut geht und zu bedenken, was er dann sich immer wieder für ein Backlash geben musste, finde ich heftig. Wir haben einen jungen Mann, der seit seinem 16. Lebensjahr durchgängig arbeitet, keine Pause hatte, sich betäuben musste mit allen möglichen Dingen wie soll man da normal, also in Anführungsstrichen normal sein. Also einfach, nee, nicht normal, das ist ein falsches Wort, aber wie soll man da stabil sein? Das geht gar nicht. Ja. Im Juni 2021 war er bei The Diary of a CEO und sprach mit Stephen Bartlett über die dunkelsten Momente seines Lebens. Die Corona-Zeit war besonders düster für ihn, weil er sich daran gewöhnt hatte, durchgehend zu arbeiten und er das plötzlich nicht mehr konnte. Und er spricht da auch über Toxic Productivity, also toxische Produktivität. Er merkt, dass er halt gar nicht drauf klarkommt, wenn er nicht produktiv ist und dass er sich halt dementsprechend so Ziele gesetzt hat wie heute gehe ich zum Sport oder heute telefoniere ich mit meinem Sohn. Den konnte er nämlich auch lange nicht sehen durch Corona, um so dann zumindest ein Gefühl von Produktivität zu haben. Was auch normal ist, weil so sind wir Menschen nun mal, aber bei ihm ist das nochmal eine andere Konstellation. Alkohol half ihm nicht nur bei dem Umgang mit seinen Emotionen, sondern auch mit Social Anxiety. Er reflektiert, dass der Ursprung seiner Probleme fehlende Routine und das Fehlen von persönlichen Grenzen sei. Über den Umgang mit dem Thema oder mit Berühmtheit erklärt er, dass er in der Vergangenheit oder dass ihn in der Vergangenheit viele Dinge verletzt haben, die ihn dann aufgrund der Art, wie er reagiert hat, in größere Probleme gebracht haben. Bibergate. Da gab es ja, das war eigentlich kein Beef, irgendjemand hat einen, finde ich, nicht sehr netten Tweet gepostet, in dem er ihn so mit Biber so herablassend verglichen hat, woraufhin er voll angepisst war und dem Typen eine rein, eigentlich dem Typen oder der Person, ich weiß nicht, ob es eine Frau oder ein Mann war, reinwirken wollte und meinte so, ja, aber wurde ich verhaftet, hat damit aber Biber angegriffen, aber er meinte so, ich wollte den nie angreifen. Ach so, weil er verhaftet wurde, parallel, also. weil er nie verhaftet wurde, quasi, er hat sich dann über Biber lustig gemacht, dass er mehrmals verhaftet wurde. meinte ich ja, Justin Biber wurde verhaftet. Und Leute waren dann so, was hast du gegen Biber und dann ging voll der Beef los und er bereut es halt, weil er war so, fuck, ich und Biber haben gar kein Problem miteinander, ich wollte eigentlich die Person angreifen, das war für den so ein Learning, zu sagen, okay, ich greife einfach niemanden, also wer mich angreift, den ignoriere ich einfach. Stell dir vor, wir werden in seiner Position, wir rasten schon bei unseren Kommentaren aus und denken uns, warum versteht ihr uns so falsch? Müssen auch damit umgehen und wir sind nicht auf dem One Direction Level. Also auf No Direction Level. Und das finde ich auch einen sehr guten Tipp, er meinte auch, wenn euch das passiert, ihr irgendwie negative Kommentare oder so bekommt, auf alle Fälle nicht drauf antworten. Nein. Es gibt ja Unterschied zwischen Kritik und wirklich Leute, die dir den Stinkfänger zeigen. Wir reden über die Leute, ja. Und er meinte, geht einfach in eure Notiz-App, schreibt der Person einen Brief und dann löscht es und dann ist es auch weg. Ja. Das fand ich sehr cool, dass er das gesagt hat. Es ist aber trotzdem hart, immer wieder das runterschlucken zu müssen irgendwo, ne? Mhm. So. Freedom of Speed, sagt er, sei super wichtig, aber die Art, wie diese Freiheiten missbraucht werden, schockiert ihn halt. Laut eigenen Aussagen war er zu dem Zeitpunkt des Interviews einen Monat lang nüchtern. Den problematischen Umgang mit Alkohol erlernt er und das fand ich sehr, sehr spannend. Bereits früh, weil sein Management ihn und die restlichen Boys immer im Hotel einsperrte, also in ihren Zimmern, damit sie halt bloß keinen Scheiß machen, einfach sicher sind. Ähm, damit man sie kontrollieren kann. Da es dort eine Minibar gab und er oft mit diesen krassen Emotionen, die aus so krassen Momenten einfach resultieren, und du hast dann krasse Erfolge und siehst Zahlen oder hast einen krassen Auftritt oder kriegst einen Award oder so. Ja. Und danach meinte er, weißt du, ich saß in meinem Zimmer mit diesen heftigen Emotionen und ich wollte einfach nur feiern und sie ausleben und ich wurde halt eingesperrt in dieses Zimmer. Ja, zusammen mit seinen anderen Bandmates. Oder halt auch alleine. Ach so, das auch. Und dann fing man an zu trinken. Da war halt eine Minibar im Hotelzimmer. Um Kritik an die Zeit bei One Direction äußern zu können, betonte er aber immer wieder im Vorfeld, wie toll die Zeit war. Also er muss immer sagen, es war total toll, aber da gab es halt diesen kleinen Aspekt, der halt nicht so toll war. Und auch mal sehr vorsichtig formuliert er das. Er fühlte sich, wie gesagt, eingeschränkt, eingesperrt und das Resultat waren halt Wut und Frustration. Kontakt pflegt er zu dem Zeitpunkt des Interviews mit Harry und vor allem mit Louis. Er erklärt, wie wichtig es ist, Institutionen zu etablieren, die Kinder des öffentlichen Lebens psychologisch begleiten, weil ihn die erste Absage von The X-Faktor fast zerstört habe. Ja, ja, 15 und ist ja auch weit gekommen. Ja, und dennoch, der wurde wohl auch gemobbt in der Stadt und so, wo der herkommt. Ja, es war wohl echt krass. Er ist aktuell dankbar dafür, noch zu leben, fürchtet sich aber vor den nächsten Rockbottom. Also, oh Gott. Und das war für mich auch eine Vorschädigung, weil er meinte, ich hatte so schlimme Tiefpunkte und ich weiß nicht, ob es der letzte schlimme Tiefpunkt war und er denkt sich so, wie viel schlimmer kann es eigentlich noch werden? Also, er hatte diese Selbstmordgedanken und jetzt nochmal, dass er Angst hat, dass es nochmal soweit ist. Ja, und auch schlimmer werden kann. Ja. Und das, das hat mich auch mitgenommen, war ich so, krass ey. Witzigerweise sprach Simon Cowell im Juni 2024, dieses Jahr, ebenfalls mit Stephen Bartlett über One Direction. Also, er war im selben Podcast zu Besuch. Cowell kriegt nämlich auch sehr viel Shit dafür ab, was die Jungs durchmachen mussten. Es gibt auch nämlich sehr, sehr viele Fans, die ganz klar die Ungerechtigkeiten betonen und dass es den Jungs nicht gut ging und dass es halt irgendwie Konsequenzen geben muss. Und er bestätigte, dass die Band sehr viel gemacht hat und ihm auch sehr viel Geld eingebracht hat. Er bereute es aber, nicht die absolute Kontrolle über sie gehabt zu haben und würde auch in Zukunft alle Namen der Künstler kaufen, damit die bloß nicht sagen können, ich trete nicht auf oder so. Ich habe das Konzept nicht ganz verstanden, aber es sprach halt über die Namen kaufen. Okay, also er hätte sie gerne mehr unter Druck gesetzt. Ja. Er zeigt sehr wenig Mitgefühl für seine KünstlerInnen, die das hohe Arbeitspensum, Paparazzis und das Fehlen von Privatsphäre bemängeln. Er sagt halt, das ist der Teil des Jobs und meiner Meinung nach ist es kein großer Preis, den man dafür zahlt. Wenn man das nicht aushalten kann, dann soll man halt eben was anderes machen. Ja, was soll ich dazu sagen? Fand ich unfassbar abartig, vor allem im Blick auf das, was halt jetzt passiert sein könnte. Ja, klar. Wir wissen ja nicht, was passiert ist. Okay, ich unterstelle Simon das nicht. Wobei doch. Der denkt sich wahrscheinlich, ja, dann war der nicht stark genug. Das könnte sein, klar. Also von dem, was er jetzt hier gesagt hat, er hat ja gar kein Mitgefühl. Gar keinen. Der weiß doch, was sie durchgemacht haben. Mir ist es egal. Ja. Wer es nicht aushalten kann, soll halt was anderes machen. Bis zum gewissen Grad verstehe ich das auch, weil natürlich muss man Dinge aushalten. Man muss Kommentare und alles mögliche aushalten, aber man kann doch trotzdem gleichzeitig dafür kämpfen, dass es besser ist. Und die Leute auch dabei unterstützen, das besser aushalten zu können. Genau richtig. So das, in der Zeit, wo die im Hotelzimmer eingesperrt wurden, hätte man sie vielleicht freilassen können und zur Therapie schicken können. Ja. Oder Betreuung. Oder sie auch mal ein bisschen feiern lassen. Ja. Und so. Das waren junge Männer auf dem Höhepunkt ihrer Karriere. So, lass sie das doch mal genießen. Es waren einfach, es erinnert mich so an Britney Spears, die einfach nur richtig wie so Zirkuspferde zu Tode gearbeitet wurden. Ja. Ja, das passiert halt in Hollywood. Ja, ja, ja. Das Logan Paul Interview vom Mai 2022 sorgte dann für einen riesigen Shitstorm, wofür sich dann Liam im Juli 2023 entschuldigte. Er sagt in diesem Entschuldigungsvideo und sei in einem Backvideo, also ich bin zurück, ihm ging es zu der Zeit schlecht und zu dem Zeitpunkt seines Statements war er auch angeblich sechs Monate nüchtern und dort kündigte er dann auch die Südamerika-Tour an. Ich muss halt sagen, ich weiß nicht, wie nüchtern er war, als er dieses Entschuldigungs- und ich bin zurück-Video gedreht hat. Er wirkt für mich schon so ein bisschen durch den Wind. Ja. Ich kann halt nicht einschätzen, was ist das, aber ich war so irgendwie, er wirkt auf mich nicht, nicht, nicht gesund. Genau, also ich würde schon, es kann schon sein, dass er nüchtern war, ja. Aber das hat ja alles seine Spuren hinterlassen. Ja. Auch wie seine Haare wieder aussah, war ja auch sehr dünn. Sehr eingefallenes Gesicht. Genau, irgendwie, man hat ihm ja auch unterstellt, er hätte sich so Sachen reingespritzt, um sein Gesicht zu formen. Ja. Das Logan Paul Interview wurde, wie gesagt, am 31. Mai 2020 veröffentlicht. Dort spricht er erstmals darüber, dass man die Band um ihn gebaut habe, dass er derjenige war, der zu X-Faktor-Zeiten Kontenanz behielt und sich die Jungs an ihm orientierten und dass die Jungs erst, ja, erst später ihre Stimme auch gefunden hätten. Dort erklärt er auch die Situation mit Biba und was er auch immer gehasst hat, war, dass sie nicht feiern gehen durften und dass er das jetzt nachholt. Dort spricht er auch über einen Mitglied, mit dem er sich gestritten hatte und der ihn gegen eine Wand geschubst habe. Seine Ex Maja erzählte dann, dass es Zane war. Wir erfahren das im Nachhinein. Er spricht aber auch explizit über Zane und seine Ausbrüche in der Öffentlichkeit und sagt, klar, er wirkt halt wie ein Dick, aber er hat auch gleichermaßen sehr viel Sympathie und Empathie für ihn und sieht halt auch einfach, dass Zane stark missverstanden wird. Die Leute haben richtig krass auch darauf reagiert, wie abfällig und schlimm erredet und ich war halt so, ich hab das gar nicht so empfunden. Ich hab einen Mann gesehen, der halt sehr ernst wirkt und über die Dinge ernst spricht und auch nicht humble ist. Ich weiß nicht, warum man schon nicht humble sein soll. Ich hab daran gar nichts Schlimmes gesehen, auch über die Sachen, die er über Zane gesagt hat. Also jetzt, wo ich weiß, dass das so ist, dass die Band um ihn herum gegründet wurde und ich auch mehr über ihn erfahren hab, was für eine krasse Rolle der auch in der Band gespielt hat, wie er die Leute zusammengehalten hat, geführt hat, auch Songtexte geschrieben hat, das wusste ich nicht. Und wenn man das nicht weiß, Wenn man das nicht weiß. Oder wenn man ein riesen Fan ist von den anderen Boys und nicht von ihm, dann verstehe ich das irgendwo. Ich finde trotzdem, dass er hätte nicht so reden sollen, also nicht so über seine Bandmitglieder reden sollen. Aber wie hat er denn über sie geredet? Ich fand's wirklich nicht. Er war schon ein bisschen arrogant. Okay. So sei er mal ein bisschen netter so quasi. Das war mein Gedanke. Aber er hat trotzdem diesen Backlash nicht verdient. Was mir halt auffällt, ist, dass Leute halt wirklich so krass Mimik und Gestik lesen und so heftige Schlussfolgerungen daraus ziehen. Das ist es, ja. Schlüsse daraus ziehen. Ja. Und ich denke mir nur, er hat halt ganz normal geredet. Er war, klar, er war nicht super sympathisch, aber ich habe mir die Interviews da vorhin geschaut und da war der sehr sympathisch. Deswegen ist es mir nicht so krass aufgefallen, weil ich mir so denke, ja, jemand muss nicht immer super sympathisch sein. Es war aber wahrscheinlich Aber er war auch sehr respektvoll zu den Podcast-Hosts. Also ich habe, es war nichts Unangenehmes. Er war halt nicht lila la 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 lu, ne? Ne, aber der hat die ganze Zeit Whisky bestellt und war so. Ja, weil er halt offensichtlich ein Problem mit Alkohol hat. Richtig und hat auch so ein bisschen geprotzt. Ich mochte ihn da nicht in dem Interview. Okay. Das sage ich ganz ehrlich, aber trotzdem hätte ich niemals so einen Backlash. Also auch in den Kommentaren haben ja auch einige geschrieben, so okay, der hat zwar, der wirkte ein bisschen arrogant, aber so war treibt doch nicht. Ja, genau, genau. Spannend ist, an einer Stelle merkte er an, dass ihm schon einige gesagt hätten, dass sie an seiner Stelle tot gewesen wären. Wenn sie das durchgemacht hätten, was er durchgemacht hat. Ja, ich finde, man merkt schon, dass sich da so was abzeichnet. Absolut. Und dass es ihm gar nicht gut geht. Dass du auch immer wieder Auf- und Abs hast von nüchtern sein und dann wieder trinken. Und irgendwie einfach, man merkt, er versucht, sein Leben zu navigieren und seine Emotionen. Aber dass er, glaube ich, nicht wirklich jemanden hat, der ihn auffangen kann. Klar, er spricht halt von seinem guten Freund Louis, aber von seinem Sohn spricht er auch immer ganz viel. Aber ich kann gar nicht einschätzen, so ob er wirklich ein Umfeld hat, das ihn auffängt. Über seine Familie scheint er auch nicht viel zu reden. Vielleicht habe ich auch irgendwas nicht mitbekommen. Also er hatte schon gesagt, dass seine Eltern ihn supportet haben. Aber weiß ich nicht genau. Er hatte kurz über die Eltern gesprochen, aber sonst nicht. Ja, das läuft auch nicht viel besser mit seiner Solo-Karriere, da er einfach insgesamt nie an den Erfolg von One Direction anknüpfen konnte. Ich glaube, das mag dann auch an ihm. Absolut. Vom Thema Produktivität und so. Richtig. Was bin ich wert, etc. Man hat ihm zum Beispiel auch, was ist vorgeworfen, aber Kritiker behaupteten, er hat Momentum verpasst. Er hätte direkt nach der Trennung von One Direction direkt was veröffentlichen sollen und das so mitnehmen sollen. Aber man merkt einfach, wie lost er einfach ist. So hast du ja auch schon darüber gesprochen, wie viele verschiedene Musikrichtungen ja auch gegangen ist mit seinen Alben. also obwohl er genug Geld auf dem Konto hatte, wollte er natürlich auch seinen Bandmitgliedern gleich machen und weiterhin Musik machen. Und er hat ja auch alle One Direction Alben Co geschrieben, also fast alle meine ich. Und er war ganz klar talentiert, aber er hat es irgendwie nie so richtig alleine geschafft. Und er hatte schon mal so ein bisschen drüber nachgedacht, unterschiedliche Wege zu gehen. Soll er lieber so ein bisschen hinter die Kamera bleiben? Soll er lieber ein fester Songwriter sein? Was ich jetzt im Nachhinein auch denke, wäre eine gute Entscheidung für ihn gewesen. Ist aber auch die Frage so, inwiefern kann er das aushalten, dass er eigentlich selber auftritt? Und ich hatte auch das Gefühl, dadurch, dass er immer so dieser Leader der Gruppe war, er hat, also die Jungs haben ja auch bei den Statements nach seinem Tod ja auch darüber gesprochen, dass er die Führung übernommen hat auf der Bühne, wenn wir nicht wussten, was abging. Und er hat sich um uns gekümmert, er hat allen so ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Also er ist einer dieser Menschen, die in Gemeinschaft besser funktionieren. Das stimmt, ja. Und ich finde, das ist auch überhaupt nicht verwerflich, das selber auch zuzugeben. Ich kann auch besser mit dir arbeiten. Ja, sowas alleine aufbauen könnte ich auch nicht. Nee, genau. Er hatte zwar eine super erfolgreiche Single namens Strip That Down featuring Quavo im Jahr 2017 und da stieg er auch auf Platz 3 in den Charts ein, aber unerreichte auch eine Milliarde Streams mit dem Song. Also es ist ein Riesen-Benchmark, aber alles andere fiel so ein bisschen, also er hatte noch einen Song mit Rita Ora für Fifty Shades of Grey, Teil 3, glaube ich. Stieg dann Platz 8 ein, stieg Platz 13 nochmal ein und alles andere war so Top 20, Top 30 vielleicht. Auch natürlich super, schafft das erstmal, aber so richtig, ja. Ja. Auch sein Album LP1 kam gar nicht gut an, sehr viele Kritiken, hat er einfach gemerkt, dass er nicht wusste, wohin mit sich. Okay, interessant. Genau. Und sein zweites Album hätte rauskommen müssen, dazu ist es natürlich nicht gekommen. Ich wollte mich aber so ein bisschen mit seinen Beziehungen beschäftigen. Also jetzt gehen wir nicht mal ganz chronologisch, aber so ein bisschen thematisch, weil, einfach mal zu zeigen so, wie hat er sich denn, genau, was passiert denn so. Ich habe mir zuerst seine Beziehung mit Liam und, also mit Cheryl angeschaut. Sie waren ein super ungewöhnliches Paar, die haben sich ja kennengelernt, da war er 14, sie 24. Aber da lief nichts. Es lief erst was, als er so 22, 23 war und sie so 33, 34. Kann man auch ein bisschen komisch finden, aber es ist alles legal und es ist wie es ist. Und dann gab es auch wieder diese Grooming-Allegation, also diese gezielte Aufnahme von, Kontaktaufnahme von Erwachsenen mit Minderjährigen und dass sie so stufenweise ihr Vertrauen so erlangen. Was aber nicht der Fall war. Klar, wenn die Rollen vertauscht werden, wäre Cheryl ein Mann und eine lebende Frau, fände mir das auch irgendwie komisch, aber ich wollte damit kurz aufräumen, die hatten lange, also die hätten ja, also da lief einfach nichts in den Jahren und erst als er selber wachsen war. Und nicht, dass wir was wissen. Nö, also ich habe wirklich geguckt, also sie war ja selber verheiratet mit Ashley Cole. Ja, okay. Ja. Nee. Ja. Nee. Cheryl wurde ziemlich schnell schwanger, also die sind 2016 so offiziell so zusammengekommen, Mai 2016 und März 2017 brachte sie dann Söhnchen Bär auf die Welt. Ein Jahr später wiederum, Juli 2018, trennten sich die beiden wieder. Bei Imposives sagte er, dass er Bär ein bis zwei Mal die Woche zur Schule bringt, dass die Beziehung zu Cheryl als Freundin super funktioniert und sie die beste Mutter der Welt ist. Immer ein Green Flag, wenn man gut über seine Ex-Beziehung, vor allem über die Mutter des Kindes spricht. Und sie gibt ihm scheinbar sehr viel Freiheit, weil, um sein eigenes Ding durchzuziehen, wie du auch gesagt hast, er konnte Bär auch während Corona zum Beispiel nicht sehen, aber generell, er arbeitet ja die ganze Zeit. Also er hätte, er konnte nicht dieser präsente Vater sein, der vielleicht gerne gewesen wäre, aufgrund dieser anderen Dinge, die er durchmachen musste. Aber Cheryl war immer supportive, hat sich hauptsächlich umgekümmert und genau richtig, das fand ich nur, so ein bisschen die Beziehung zu seinem Sohn zu klären. In dem Podcast spricht er, im Podcast Imposive spricht er darüber, dass das Schlimmste für ihn wäre, wenn sein Sohn ebenfalls beruhmt sein wollen würde, dass der Sohn schon gesagt hat, dass der Stripped That Down mit ihm singen möchte später und er denkt sich, okay, bitte nicht. Aber er sagt auch, ich supporte ihn, egal was er machen möchte, ich bin für ihn da, ich mache die Fehler, damit er sie nicht mehr machen muss. Also er, ich hoffe nur, dass Bär irgendwann, sollte er diesen Weg einschlagen, wirklich daraus lernt und nicht irgendwie, das ist ja immer so eine Gefahr. Aber gut. Also insgesamt ging die Beziehung eigentlich ziemlich, also lief ganz gut. Bei Liam und Maya wiederum, das ist die Ex-Verlobte, die ihnen ja kurz zu seinem Tod eine Unterlassungsklage geschickt hat, da sieht es ein bisschen anders aus. Liam und Maya lernten sich 2018 kennen und begannen ein Jahr später, also 2019, offiziell miteinander auszugehen. Ihre Beziehung wurde bald ernst und im August 2020 verlobten sie sich. Liam machte Maya einen Antrag mit einem Ring, dessen Wert auf etwa drei Millionen Pfund geschätzt wurde. Okay. Was man auch wissen muss, Maya war 18 zu dem Zeitpunkt und Liam müsste 24 gewesen sein. Das ist nicht schlimm. Trotzdem interessant zu wissen, weil sie einiges angeblich durchgemacht habe. Die beiden standen immer wieder in den Schlagzeilen aufgrund ihrer On-Off-Beziehung. Man wusste also nie, was abging. Im Juni 2021 verkündete er die Trennung bei The Diary of a CEO. Wichtig zu wissen, merkt euch das. Und kurz darauf sind sie aber wieder zusammengekommen, nur um sich dann Mai 2022 wieder zu trennen während seiner Impulsive-Zeit. Das war dann endgültig. Okay. Liam spricht auch offen darüber, dass er sich in der Beziehung verloren habe und an sich arbeiten wolle. Er gab zu, Fehler gemacht zu haben und sich selbst finden zu müssen, bevor er eine neue, ernsthafte Beziehung eingeht. Okay. So. Nun hat seine Ex-Verlobte Maya ein Buch geschrieben. Okay, genau. Darüber hatte ich in dem Video schon gesprochen und so ein bisschen angedeutet, worum es geht. Nun ist es keine Autobiografie, es ist ein Roman. Das ist wichtig zu wissen. Alles, was ich jetzt beschreibe, das steht einfach nur in dem Buch. Was man nur anmerkt ist, also Maya sagt, dass sehr viele Ereignisse, die im Buch stattfinden, ihr auch wirklich passiert sind. Und es ist, sagen wir mal so, ihr Versuch zu verschleiern, um wem es geht, ist sehr, sehr schlecht. Ja, ja. Vielleicht auch mit Absicht. Wahrscheinlich mit Absicht. Oder? Ja, ja, ja. Genau, deswegen, ihr müsst euch selber ein Bild davon machen. Ich mach mir auch mein Bild, du ja auch. Ja. Deswegen hören wir mal, was Maya so erzählt aus ihrem Leben. Okay. So, in dem Buch geht es um Mallory und Oliver. Okay. Die sich auf einem Fashion-Event kennengelernt haben, als sie 18 war. Ah. Die beiden beginnen ihre Beziehung, als sie kurz nach dem ersten Treffen nach London zieht, um ihre Model-Karriere zu starten. Er war Mitglied, ne, hab ich ja schon erzählt, der ziemlich erfolgreichen Band Five Forward. Mhm. Allerdings trennten sie sich kürzlich, bevor sich Oliver und Mallory kennenlernten. Aha. Da haben wir schon einige Parallelen. One Direction trennten sich 2016, Maya und Liam haben sich 2018 kennengelernt, und so weiter und so fort. Okay. Er erkennt, er erzählt ihr viel von der Dynamik innerhalb seiner Band, also Oliver, ne, und unter was für einem Druck. Er steht, alleine Musik machen zu müssen. Oh mein Gott. Okay, ja. Ein Bandmitglied namens Carrie sei charmant und für Popmusik gemacht, während die anderen sich nicht trauen würden, etwas Neues auszuprobieren. Harry? Carrie? Harry? Oh mein Gott, wow. Girl. Okay. Nun ist er auf sich alleine gestellt und muss sich der Öffentlichkeit beweisen. Okay. Als Oliver zurück in die USA fliegt, erfährt Mallory, dass sein Team deren Affäre in die Presse geleakt habe. Wow. inklusiver schlüpfriger Details ein gefundenes Pressen für die Presse, da Liam sich kürzlich von seiner Ex Elizabeth getrennt hat. Oh, ich hab Liam gesagt. Nein, Oliver. 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 Scheiße. Ah, okay. So, vielleicht Cheryl? Ja. Alle Spekulationen, Leute, ne? So bitte. Aber ist sowas auch wirklich passiert parallel? Gab es so... All das, also was ich ja gerade erzähle, ist eigentlich so passiert. Ach so. Also fast so passiert, ja. Oh, wow. Ja, ja. Also so von der Timeline vor allem. Okay, verstehe. Er sei zu busy gewesen, sich von der Presse zu warnen, da er mit seinem Album beschäftigt war und sie fühlt sich von ihm nicht verstanden. Die beiden führen eine On-Offer-Fähre, bis er sie irgendwann mal fragt, ob er ihr Freund sein möchte. Und das erzähle ich jetzt hier kurz, was irgendwie so witzig ist. Kurz danach performte er und so einen Auftritt und dann sieht man wohl, da war so ein großer Bildschirm im Hintergrund und so ganz großen Lettern stand da, dass er sie liebt und dass er sich um sie und ihre Familie kümmern würde. Ist das denn echt auch passiert oder war das Fiction jetzt? Das weiß ich nicht, das ist Fiction. Aber es ist so... Hast du diesen Film gesehen mit Anne Hathaway, wo sie auch in diesen... Das war, glaube ich, auch in One Direction Fanfiction. Ja, ja, mit Harry Styles. Genau, richtig. So fit sich daran, muss ich denken. Das ist so kitschig. Und das ist halt das, was sich auch die Fans wünschen. Ja, ja, ja. Aber ich fand das oft voll der Red Flag irgendwie. Wenn dir jemand von mich das machen würde... Äh... Du bist ja im Konzert und da steht da, Maria, ich liebe dich. Ich kümmere mich um deine Familie. For random. So, sie dateten sich öffentlich, trotz Paparazzis und verlobten sich auch nicht viel später. Mhm. Dann geht es mit den Eskapaden bei Oliver los. Und das ist das, wo es wirklich ernst wird im Buch. Er kommt eines Abends nicht nach Hause. Sie findet ihn mit Xanax, also Beruhigungsmittel und Kokain, zugedrönt in einer Wohnung mit fremden Männern. Und daraufhin bringt sie ihn dazu, einen Therapeuten zu sehen. Ab dem Zeitpunkt muss sie sehr viel emotionale Arbeit leisten, um ihn immer wieder aufzufangen zu unterstützen. Und ihre eigene Karriere leidet darunter. Also, es ist wirklich so eine co-abhängige Beziehung geworden. Mhm. Ähm, Olivers Karriere verläuft auch nicht wie gedacht und sein Verhalten verschlimmert sich. Die beiden machen ihre Verlobung öffentlich und Oliver möchte gern ein Kind mit ihr haben. So richtig random. Die Probleme verschlimmern sich, da Mallory anfängt, sich selber zu priorisieren und er fühlt sich dann alleingenassen. Er nutzt dann die freie Zeit, um Frauen auf Instagram nach Nacktfotos zu zeigen. Äh, Fragen. Mhm. Also, immer, das ist eh so ein Muster. Oliver wird alleingelassen und Dinge passieren. Oh. Verstehe. Mhm, 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 mhm. So. Das heißt nicht, dass Mallory daran schuld ist, dass Oliver so eine Scheiße baut. Nee, 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 nee. Aber es ist das Muster. Ja. Nach viel Drama vertragen sich die beiden wieder und das ist auch übrigens ein Muster. Immer wieder. Ja. So, nun steht das zweite Album an und Mallory muss mehr denn je für Oliver da sein. Das ist jetzt ein Zitat aus dem Buch. Die Wutanfälle im Drogenrausch. Ich versteckte sein Handy, damit er nicht wieder eine Nachricht an sein Label schickte und sie feuert. Wenn er mich anbrüllt und schreckliche Dinge sagt, dass ich eine freche Schlampe bin, alles, was ich habe, ist Daddys Geld, ich bin eine Ablenkung, die aufgetaucht ist und sein Leben ruiniert hat, dann gibt es die Tage, an denen ich dafür sorgen muss, dass er wach ist, um zur Arbeit zu gehen, ihn unter die Dusche zu bringen, ihn anzuziehen, seine blutige Nase zu putzen, ihn von Boden aufzuheben, nachdem er sich übergeben hat. So, es wird noch viel schlimmer und es gibt eine krasse Situation. Er verwüstet regelmäßig alles um ihn herum, er schlägt sich selbst, er droht ihr, also er droht sich, er droht ihr, sich selbst etwas anzutun und droht ihr sogar mit einer Axt. Also es gab diesen Vorfall, wo er sie mit einer Axt verfolgte, ihr die Axt irgendwie so, also er hat sie nie direkt irgendwie geschlagen oder so, aber er hat ihr natürlich die ganze Zeit Angst gemacht. Und es gab so eine Situation, da lagen sie irgendwie beide im Bett oder so oder auf dem Sofa und dann nimmt er die Axt und schlägt sie so neben ihrem Kopf. Was zur Hölle? Es ist richtig, richtig heftig. Während eines Virusausbruchs, also wahrscheinlich Corona, möchte sie ihn wieder verlassen, aber bleibt bei ihm, weil sie wegen dem Virus feststeckte und er mit seinen Wutausbrüchen wieder begann als Reaktion auf die Trennung. So, wenn wir jetzt von Corona ausgehen, dann müsste Mallory jetzt irgendwie 20 sein. Ja. So, während dem Lockdown verbringen die beiden aber viel Zeit miteinander und können normal über die Ausbrüche sprechen und es scheint sich wieder zu bessern irgendwie. Er hat wieder mehr Routine, die malen noch zusammen, es kommt halt mehr Ruhe rein, natürlich dann weniger Events, weniger Möglichkeiten, Alkohol zu trinken, bisschen mehr Ruhe. Okay. Nach dem Lockdown erfährt Mallory, dass sie schwanger ist. Oh. Er ist nicht erfreut und gemeinsam mit seinem Team setzt er sie unter Druck, die Schwangerschaft zu beenden. Okay. Sie wollte das Kind eigentlich behalten. Ansonsten würde er sie verlassen und sie müsste sich allein um das Kind kümmern. Davon abgesehen, wäre ja eine Abtreibung ja kein großes Ding. Er gesslert die die ganze Zeit. Macht doch einfach, ist doch alles kein Problem. Ähm, genau. Und er lässt sie eigentlich die ganze Zeit alleine und redet nicht mit ihr und ist einfach richtig, richtig schlimm. Sie hat auch ungewöhnliche Komplikationen durch die Abtreibung, aber Oliver schien alles egal zu sein und ließ sie komplett alleine. Da haben wir noch eine Parallele, denn, ähm, es stimmt wohl, dass Mallory eine Abtreibung hatte. Sie hat zwar nicht gesagt, wer der Vater ist, ne, so, aber es würde vom Zeitraum passen. Interessant. Und danach ging es dann wieder mit den Kokainausbrüchen los. Er betrügt sie auch mit anderen Frauen, während er im Rausch war. Während der Beziehung sagt er immer wieder, dass er sie nicht liebt, dann ist, dass sie an einem schuld sei und am Ende sagt er ihr, dass er sie nur bei sich behält, weil sie zu viel über ihn wisse. Wisse. Ja, ähm, warte, ich bin gerade, du meinst gerade Mallory oder Maya, die eine Abtreibung wirklich hat? Ähm, Maya hatte auch eine Abtreibung wirklich. Sorry, ich komme mit dem Namen ein bisschen durcheinander. Dann hat sie endlich genug, verlässt ihn. Auf dem Weg aus der gemeinsamen Apartment schreit er, du brauchst eh niemanden davon zu erzählen. Es wird dir eh niemand glauben. Ich kann alles tun, was ich will. Meine Fans stehen eh auf meiner Seite. Ich verlasse dich und du wirst niemals etwas von mir hören. Du wirst niemals jemanden reicheres und besseres als mich finden. Das ist auch ein Zitat, den jetzt aktuell Leute auf Twitter teilen und einfach sagen, boah, wenn das Liam ist, so kann man nur glauben, dass man seine Fans so kontrollieren kann, aber ja, so würde es nämlich laufen. Also Oliver machte ihr aber danach das Leben zur Hölle und schickte Familienmitglieder von ihr ein Dickpic von ihm, ein Penisfoto. Dann schreibt er, dass er sich wünschen würde, dass sie von ihm schwanger gewesen wäre. Dann hätte sie ihn nicht verlassen. Was? In einem Podcast verkündete Oliver die Trennung der beiden. Oh. Zum Schluss entschuldigt sich Oliver wieder bei ihr und geht zurück in die Entzugsklinik. Und dann am Ende erzählt sie von einer Begegnung mit Oliver, als sie 14 war, weil die haben sich schon mal gesehen, wohl Jahre zuvor. Also geht nicht ganz chronologisch vor. Ja, aber so endet das Buch. So was sagt Maya zu dem Buch, also zur Abtreibung. Da habe ich ein Zitat. Was ich wirklich im Leben durchgemacht habe, ist dem, was Mallory im Buch durchgemacht hat, sehr ähnlich. Ich hatte definitiv einige Komplikationen und musste allein ins Krankenhaus gehen. Okay. Ja. Ich hatte ja in dem anderen Video auch so ein paar mehr Zitate von ihr noch geschrieben, aber zitiert. Aber sie, also sie macht wirklich keinen großen Hehl draus, dass die Parallelen so stark sind. Aber sie sagt nie, das ist Liam. Ja. Das sagt sie nie. Ja. Und das ist wirklich so passiert, explizit. Genau, richtig. Uh, okay, Leute, das ist harter Tobak. Ja. Auf Twitter gibt es Reaktionen auf das Buch. Da fragt eine, warum hat sie ihn nicht verklagt zu dem Zeitpunkt? Sie hatte doch Nachrichten, sie hatte Zeugen, so sie hätte doch genug gehabt, um zumindest irgendwie einen Vergleich zu erzielen und Geld zu bekommen. oder sie hätte ihre Therapie bezahlt bekommen, irgendwie medizinisch hier, Medical Bills und was auch immer. Und da muss ich auch direkt sagen, nee, das glaube ich nicht. Hätte, also wenn wir jetzt, also hätte Mallory, Oliver zu dem, kurz nach der Trennung seiner Band, wo das alles ja passiert ist, wo der ja immer noch mega bekannt ist, irgendwas gesagt, hätten die doch alle ausgelacht. Wir wissen doch, wie sowas abläuft, als ob. Mallory und Oliver oder meine? Ich rede jetzt von Mallory und Oliver, weil das ist das, was ich weiß. Ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Ja, ja, ja. Genau. Wäre es Liam und wäre es genauso? Ja. Er wird zwar stark kritisiert, aber am Ende des Tages halten die Fans, glaube ich, schon. Also, naja. Dann das Einzige, was nicht ganz übereinstimmt, ist, dass in dem Buch Oliver kein Vater ist und kein Kind hat. Ah, okay, interessant. Das hatte der ja in Wirklichkeit, aber da könnte man überlegen, okay, da hat sie versucht, nicht ganz so viele Parallelen zu finden, ne? Dann habe ich mir auch angeguckt, Liam hat einen Song namens Teardrop im März diesen Jahres veröffentlicht und da habe ich mich gefragt, ob das was, also, wenn das jetzt alles stimmt, was in dem Buch steht, ob das etwas mit Maya zu tun machen könnte, weil er singt. Also, Tränen fallen mein Gesicht runter, denn ich weiß nicht, wie ich dich lieben soll, wenn ich doch auch kaputt bin. Ich checke mein Handy die ganze Zeit, um zu gucken, was ich letzte Nacht getan habe, weil er wahrscheinlich Nachrichten bekommen hat, was auch immer. Ich hasse mich selbst und ich hasse es, wenn ich dich zum Weinen bringe. Ja, verstehe. Genau, das ist so ein bisschen mein Versuch, da so ein paar Parallelen zu machen. Irgendwas ist da. Ich komme gleich aber zu den Komplikationen, also zu dem, was Maya noch mit Liam gesagt hat und vor Ort. So, und jetzt haben wir die letzte Freundin, die kurz vor dem Tod mit ihm zusammen war, Kate Cassidy. Zwei Tage vor seinem Tod reiste Cassidy ab. Sie erklärt, dass sie einfach ready war nach Hause zu fahren, da sich der Triff von fünf Tagen auf zwei Wochen erstreckte und er auch sowieso nicht gehen wollte. Beide waren offiziell November 2022 ein Paar. Die Beziehung war wohl auch von Höhen und Tiefen geprägt. Ich habe ja jetzt nicht so viel Konkretes mitbekommen. Ich habe einfach versucht, so ein bisschen auf TikTok zu gucken. Kann ich irgendwas sehen, aber wir kennen, Social Media ist super schwer, das zu sehen. Genau, man sieht auf jeden Fall, wir leben öfter auf ihrem TikTok-Kanal. Sie scheint eine Influencerin auch zu sein. Gegen Ende schien er mehr grimmig zu sein, so ein bisschen auch, keine Ahnung, Alkohol getrunken zu haben. Ich weiß es nicht. Das ist meine Einschätzung aus der Ferne. Ich kann gar nichts sagen und er lächelt nicht so oft und naja. Davor gab es eigentlich immer so sehr süße Videos mit den beiden und deren gemeinsamen Hund. Also eigentlich ganz süß und Liam hatte einen Shitstorm mal kassiert, weil er einen Spruch riss, als sie so einen Outfit-Check gemacht haben. Katie ist sehr freizügig, hat eine Topfigur, kann alles tragen. Einmal war sie am Ticken zugedeckt da und das hat Liam dann direkt kommentiert mit, du bist ja mal zugedeckt, ausnahmsweise. Das war auch so ein bisschen, also auf Englisch noch mal ein bisschen abfälliger, riesen Shitstorm für bekommen, aber verständlich so. Was kommentierst du das Outfit deiner Freundin? Scheinbar hat sich aber auch um ihn gekümmert, also ich habe so versucht rauszuhören, wie läuft die Beziehung von den beiden ab und sie hat öfter darüber gesprochen, dass sie zum Beispiel für ihn die Koffer packt und so Dinge organisiert für ihn. Und da habe ich direkt an das Buch gedacht, dass ja Mallory Oliver ja auch immer wieder geholfen hat. Finde ich aber auch so ein bisschen weit voneinander entfernt. Es gibt viele Partnerinnen, die vielen Partner, die Koffer packen. So kann ja alles bedeuten. Und knapp eine Woche nach Liebenstod postete sie ein Tribut auf Instagram, richtig süß, mit bisher nicht veröffentlichten Bildern. Sie spricht darüber, dass er ihr bester Freund gewesen war und die Liebe ihres Lebens war, dass er alles und jeden um sich herum mit seiner Energie ansteckte und ihnen ein Lächeln zauberte und er Glück in den kleinen Dingen des Lebens fand. Sie zitierte einen Liebesbrief, den sie von ihm bekam und dort machte er ihr ein Versprechen, sie nächstes Jahr zu heiraten. Es gab auf jeden Fall sehr viele positive Kommentare, aber die Kommentare, die ich gesehen habe, die positiv waren, waren verteidigend. Also die haben Katie verteidigt. Ah, okay. Denn natürlich wird sie angegriffen. Eine Person schreibt hier, Ellie de Beckett, ach, keine Ahnung, wie man die ausspricht. Nice try love, no money claim there, I'm afraid. Also netter Versuch, da gibt es kein Geld, was du dir holen kannst. Ihr Freund ist gerade gestorben, mit dem sie über zwei Jahre zusammen war. Oder fast zwei Jahre. Ich bin verwirrt, du hast ihn doch betrogen. Wie kannst du ihn dann lieben? Okay. Ich wusste nicht, wo sie ihn betrogen hat, okay. Ja. Oder natürlich, das allerbeste, was man machen kann, ihr die Schuld zu geben, dass sie gestorben ist. Okay. Denn sie hat ihn ja verlassen und genau, hättest du ja denken können, was passiert. Mhm. Genau hier, wer lässt seinen Partner im Ausland im Stich, kurz nachdem er von seinem Record-Label gedroppt wurde und mit Mental-Health-Probleme hat und auch mit Drogen. Du kannst ja kein Babysitter sein und 24-7 bei deinem Partner oder deiner Partnerin, die Probleme hat. Das kriegt man rein logistisch auch gar nicht hin. Soll sie ihr Leben auf Pause setzen? Das ist es. So, sie hat doch auch Familie, sie hat doch auch Verpflichtungen, die haben auch einen Hund. Ja. Also so, wenn er nicht gehen will, was soll man denn da machen? Das ist es, ja. Wirklich. Also hier, du hättest ihm helfen sollen, er war depressiv und du hättest ihm helfen sollen, sich selbst zu lieben. Das ist der Job einer Frau, das zu tun. Aber du warst ja zu beschäftigt mit Social Media. Social Media ist ihr Job. So lächerlich, wie wir das auch finden, das ist ihr Job. Und vor allem ist es nicht der Job einer Frau, ja, dem Mann dabei zu helfen, zu heilen. Ja. Wenn man doch bedenkt, wie schwierig es ist zu heilen. Der Mann leidet seit Jahren darunter. Das ist so, das ist so unfassbar anmaßend, das von einem Partner zu verlangen, vor allem im Blick auf das, was passiert ist. Und wenn man ehrlich ist, ist manchmal das Beste, auch zu sagen, wenn es einfach zu viel ist, zu sagen, hör zu, ich bin für dich da, aber ich muss jetzt gerade gehen. Ja. Ja. Boah. Boah. Sehr, sehr schwierig. Ja. Dann nutzten andere noch das Statement, um irgendwelche Theorien zu spinnen. Da gab es dann, also es gab eh Theorien bei dem Sturz vom Hotel, dass die Hotelmitarbeiter sich seltsam verhalten haben, dass er eingesperrt wurde, was auch immer. So richtig dumme Dinge, wo ich einfach denke, dafür haben wir gar keine Beweise. Und auch gar keinen Grund eigentlich. Aber okay. Man kann doch einfach mal abwarten, gucken, was passiert. Viele verteidigen sie aber und schreiben, dass sie für seinen Tod nicht verantwortlich ist. Das hätte sie nicht vorhersehen können. Und andere machen nämlich auch den Designzustand, die 1D-Fangemeinschaft verantwortlich, was ich auch verstehen kann. Toxische Fangemeinde, die ihn immer wieder runtergezogen hat. Nicht alle, aber die toxische Gruppierung. Und dann zitiert hier auch eine Kommentatorin das, was du auch zitiert hast, dass er ja auch damals im Hotelzimmer eingesperrt wurde und Alkohol ausgesetzt war und so. Und genau, hört auf, sie dafür verantwortlich zu machen. Genau, jetzt komme ich zu dem wirklich tragischen Ende von Liam. Liam und Katie reisten nach Argentinien, um sein ehemaliges Bandmitglied Niall Horan zu supporten, der am 2. Oktober einen Auftritt dort hatte. Auf Twitter schrieb Liam, dass sich die beiden eine Weile lang nicht gesprochen hätten und dass sie es dringend nachholen wollen würden, aber ohne schlechte Schwingung. Also alles in Ordnung, wir müssen nur wieder connecten und über einiges sprechen. Nach dem Auftritt postete Liam viel unter anderem auf Snapchat und auf einem Bild schrieb er, dass er froh sei, ein bisschen Zeit für sich zu haben. Sondern kurz darauf gingen, also noch vor seinem Tod, zwei Videos viral. Und das sind eigentlich beides Videos so aus der Ansicht, also er hatte so seine eigene Box im Stadion und Fans schwirren um ihn herum und sind total happy, den zu sehen und konzentrieren sich voll auf ihn. Und er kriegt dann wieder einen Shitstorm dafür, weil alle sagen so, ja, du nimmst die ganze Aufmerksamkeit auf dich und so. Niall ist doch vorne auf der Bühne. In dem Moment, wo alle die Aufmerksamkeit auf Liam gesetzt hatten, war Niall in einer Pause oder so. Ich glaube, die Vorgruppe war da. Irgendwas war anders. Und ich denke mir auch so, Liam hat eine Daseinsberechtigung. Und er hat doch keine Kontrolle darüber, wie die Fans um ihn herum reagieren. Nee, und er stand dann da, klar, er hat dann die Fans begrüßt und so und ist dann wieder gegangen. Ja. Ich verstehe auch nicht, was es damit auf sich hat, warum Leute es komisch finden, dass genau diese beiden Clips viral gingen, weil das war nun mal der erste Hauch von Reunion. So zwei Bandmitglieder in einem Raum. Ja, ja, ja. Und er hatte ja auch immer Snapchats gepostet mit ihm zusammen. Und das war voll schön zu sehen, die waren so happy. Ja. Kurz vor seiner geplanten Abreise soll er mit Netflix auch ein Deal eingegangen sein. Also zumindest ist es rausgekommen. Das wurde schon vorher abgedreht. In Planung war eine Castingshow mit Nicole Scherzinger, Kelly Rowland und AJ McLean namens Building the Band. Hat mich ein bisschen an Didi Making the Band erinnert, aber ohne den ganzen Missbrauch. Ja. Angeblich soll diese aber schon abgedreht worden sein, so im August schon. Diese Show soll aber nicht veröffentlicht werden aus Pietätsgründen. Ja. Und man möchte erst mal schauen, dass man sich mit der Familie auseinandersetzt und so. Ich fände es schade, wenn Posthum irgendwie, also das nicht veröffentlicht wird. Einfach um nochmal zu zeigen, weißt du so, wir haben noch Material von ihm. Das ist doch ein schönes Projekt auch eigentlich. Genau, richtig. Und man erinnert sich ja auch gerne. Ja. Naja, aber ich verstehe auch, wenn die Familie sagt, das ist zu viel für uns. Er, genau, verkündete ja dann auch in dem Video, worüber du ja auch schon gesprochen hast, dass er hier auf Tour gehen wird und so, dass er die aber auch verschieben muss. Wegen der Niereninfektion. Ähm, genau. Er brauchte dann auch März 2024 auch neue Musik raus. Also, da gab es viele Dinge, wofür es sich so zu leben lohnte. Also, er musste seine Tour noch angehen. Musik war doch auch dran. Also, es lief ja irgendwo. Was aber wiederum nicht so gut lief, er wurde von seinem Plattenlabel Universal Music gedroppt. Oh. Kurz vor seinem Tod. Okay. Deswegen, genau. Ähm, deswegen weiß ich jetzt nicht, okay, hätte die Tour stattfinden können, wahrscheinlich dann nicht, aber trotzdem. Er hätte, ja, er hatte ja die Show, naja. Ähm, er hat wohl viel Geld im Voraus erhalten von, von Plattenlabel. Allerdings kam dieses, kam dieses Geld durch die Verkäufe nicht wieder rein. Boah, aber wie unfair dann jemanden auch zu feuern, ne? Aber ich hab auch keine Ahnung, wie das läuft. Ob das normal ist, aber krass. Weiß ich nicht. Ich würd niemanden droppen, wenn ich die Person, also ich würd die Person zumindest persönlich mal sehen. Und vor allem, wenn ich weiß, dass mein Künstler, also, sehr viel, sehr sensibel ist. Mhm. Was alle sind eigentlich. Der Release von seinem zweiten Album war auch auf Halde. Ähm, vielleicht auch deswegen, die haben nicht gedacht, dass er noch weiter Musik machen wird und dass es nicht weitergeht. Ich weiß es nicht. Dann verließ ihn auch einige Wochen vor seinem Tod seine PR-Agentur und Grund dafür könnte Maya Henry sein. Wo ich mir auch denke, krass so, da ist jetzt ein Shitstorm und er verlässt die PR-Agentur ein. Finde ich krass, ja. Aber es ist ja nur eine Spekulation. Wir wissen ja nicht, ob es an Maya liegt. Ach so. Ähm, ja gut. Ja, okay. Das stimmt, das stimmt. Oder? Also, das wird zumindest in den Artikeln berichtet, dass das wahrscheinlich der Grund ist. Oh, weil der Ex-Kam, okay, krass. Genau. Denn es gab jetzt Schlagzeilen zu seiner Ex-Verlobten Maya Henry. Die hat ja dieses Buch veröffentlicht, Looking Forward. Und dann kam einige Monate später diese Unterlassungsklage. So aus dem Nichts irgendwie. Wir haben zwar schon mitbekommen, also sie hat darüber gesprochen, dass die Beziehung definitiv, ja, nicht so toll war. Aber explizit hat sie nie was gesagt. Und die Leute jetzt in den Kommentaren auf Social Media gehen von häuslicher Gewalt aus. Aufgrund dessen, was sie in ihrem Buch geschrieben hat. Was ja ja aber auch nur Fiktion ist. Deswegen, wir wissen es nicht, was jetzt genau abgeht. Grund aber für diese Unterlassungsklage ist, laut Mallory, dass... Maya? Oh mein Gott. Sagt Maya, dass seitdem die sich getrennt haben, Liam ihr immer wieder Nachrichten schickt, ihr Telefon in die Luft deswegen jagt und immer von verschiedenen Nummern anruft. Oh mein Gott. Also so ein bisschen Stalking-Tendenzen. Ja. Dann gehen wir nochmal zurück zum Hotel. wo er gestürzt ist. Vor seinem Tod soll er Hotelgräste aufgrund seines erratischen Verhaltens negativ aufgefallen sein. Aus seinem Hotelzimmer sollen laute Geräusche gekommen sein und auch ein Schrei. Ein Hotelgast dachte, dass Bauarbeiten dort stattfinden, weil so viele Möbel bewegt wurden. Okay. Und das hat mich auch wiederum an das erinnert, was in dem Buch stand. Ja, ja, ja. So diese, das nimmt alles auseinander, so verwüstet alles. Liam postete auf Snapchat ein Bild von ihm mit freiem Oberkörper, was wohl eine Stunde vor seinem Tod aufgenommen worden sein soll. Aber berichten zufolge ist das Bild schon ein Jahr alt gewesen. Keine Ahnung, was er damit machen wollte. Ja. Genau. Dann Liam stürzte ja aus dem dritten Stock des Hotels in Buenos Aires, was 14 Meter waren. Und die Todesursache war ein Polytrauma, also eine Verletzung an mehreren Stellen und Blutung. Und er wurde sofort für tot erklärt. So. Was wurde jetzt gefunden im Nachhinein? Laut toxikologischem Befund soll er mehrere Drogen intus gehabt haben, wie Pink Cocaine, eine Mischung aus Methamphetamin, Ketamin und MDMA, also Hallos des Todes. Und in Hotelzimmern sollen Alkohol, Medikamente und Rauschmittel darüber hinaus noch gefunden worden sein. Dazu sollen Möbel beschädigt worden sein, aber auch sein Hotelzimmer. Und er soll in seinem Hotelzimmer allein gewesen sein. Die Polizei soll bereits vor seinem Sturz vom Hotelpersonal verständigt worden sein. Allerdings war Liam bereits verstorben, als sie sieben Minuten später ankam. Also die haben einfach gesagt, das Chaos aus dem Hotelzimmer, der kommt nicht raus, wir brauchen Hilfe. Das Einzige, was auffällig ist, ist, dass wohl die britische Polizei erst eine Woche nach seinem Tod die Sicherheitsaufnahmen gesichtet haben und sich damit beschäftigt haben. Aber ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, wie sowas abläuft. Ist es komisch? Ist es nicht komisch? Wir wissen es nicht. Wer schreibt denn, dass es auffällig sei? In Artikeln hast du das so gefunden? Ja, ja, ist ja schon lange. Also eine Woche später jetzt? Ich habe ja keine Ahnung, wie das läuft. Das ist ja das erste Gefühl. Das ist ja in Argentinien passiert und britische Polizei, je nach Kommunikation, Behörde und so. Das dachte ich nämlich auch. Aber das stand so im Artikel drin. Das ist das Einzige, was so ein bisschen auffällig ist. Aber gut, wir sind alles keine ExpertInnen. JournalistInnen sind auch keine ExpertInnen. Nee, haben wir auch gemerkt. Vor allem nicht in der Boulevardpresse. Deswegen, puh. Okay, krass. Also, ja. Also, ich finde es ein bisschen, was wir jetzt getan haben, war ja auch irgendwo ein Bild zu zeichnen. Wir haben unsere Vermutung, was passiert ist. Für mich klingt es halt sehr stark nach einem Suizid, ne? Ja, aber eher in Richtung, dass er das vielleicht nicht in dem Moment geplant hat, aber seinen Weg, den er gegangen ist, das ist ja der Weg in die Richtung. Wenn du die ganze Zeit Drogen nimmst, Alkohol zu dir nimmst, dich nicht um dich selber kümmerst, dieses Verhalten an den Tag legst. Vor allem war er ja auch Suizid gefährdet, ne? Das ist halt auch so der Punkt. Boah, ist das krass. Schwer. Oh, jo, 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 jo. Also, ich möchte das eigentlich gar nicht sagen, was passiert sein könnte. Können wir gar nicht. Das war gerade nur eine Spekulation, weil halt der Weg halt dahin führt, ne? Von allem, was wir irgendwie jetzt zusammen recherchiert haben, boah, dem ging es gar nicht gut. Es kann natürlich aber auch ein Unfall gewesen sein. Bei den Drogen, die er intus hat. Das ist nämlich eher das Ding. Vielleicht werden wir uns auch nie erfahren. Wer weiß. Also, es müsste wirklich Kameraaufnahmen geben von dem Sturz, aus dem Zimmer, aber das wird ja keine geben. Es ist einfach so unfassbar tragisch. Ich finde seine gesamte Geschichte so traurig und tragisch. Und klar, er ist problematisch und er hat Frauen schlimme Dinge angetan. Wenn wir das glauben, was da drin steht, ne? Genau. Aber es ist halt ein klarer Fall von jemand, der, ja, der dazu irgendwie geworden ist. Ja. Es ist, ich finde das auch total krass, wie viel wir eigentlich von ihm wissen und herausfinden können. Ja. Ja, ne? Ja. Also, irgendwie, ich, wir wissen echt viel jetzt auf einmal. Ja. Ah, super offener Typ. Ich fand auch seine Interviews eigentlich bis auf dieses Impulsive-Interview alle super nett. Mhm. Und dann hat er aber auch diese Seite. Mhm. Und kann voll das Monster sein. Aber auch verquerterweise konnte ich immer nachvollziehen, woher das kam, dieses, ähm, äh, diese, diese Gefühle irgendwie, also, er konnte ja Gefühle dann zulassen, dann hat er sie wieder zurückgenommen, also, dann hat er diese paranoide Seite an sich, also, so, das hat alles irgendwo Sinn gemacht, woher das kam. Dennoch, sollte er das alles gemacht haben, äh, kann ich er natürlich eh nicht verübeln, dass sie über ihre Geschichte sprechen möchte. Natürlich nicht. Denn, das war auch voll dumm, äh, das hatte ich in einem anderen Video aber auch schon gesagt, Maya hatte darüber gesprochen, dass die Beziehung tumult war, dass da ein paar Dinge passiert sind, aber dieses Interview kursierte natürlich nach seinem Tod, also haben Leute ihr vorgeworfen, dass sie nach seinem Tod, die hat auch schlachtet. Genau. Aber dann dachte ich mir, okay, Leute, komm, guck mal aufs Datum. Ja, guck mal aufs Datum. Ja, ja. Und die ganze Didi-Scheiße dann auch. Ja. Ja, darauf will ich erst gar nicht eingehen. Nee. Ähm, auch noch ein Punkt, kleiner Exkurs, äh, Mobbing durch die britische Presse, das ist ja immer so ein großes Ding, die britische Boulevardpresse, wir haben ja im Kontext der Royals ja immer wieder über die gesprochen, auch, ähm, boah, die sind so schlimm zum Teil, wow. Ja, der musste sich auch sehr viel anhören und jetzt aktuell gibt es eine Petition, die ist am 18. Oktober gestartet worden auf change.org und zwar geht es darum, dass in irgendeiner Form, ähm, Menschen, also KünstlerInnen in der Industrie geschützt werden müssen. Und dass es ein Auffangnetzwerk geben muss, das ihnen halt dabei hilft, mit diesem, mit dem Preis, den man halt dafür zahlt, berühmt zu werden, wie Kaul das so liebevoll beschrieben hat, klar zu kommen. Ja, weil ich finde auch, es muss Grenzen geben. Wir wissen doch, was Mental Health, also wie wichtig das ist. Ja. Es ist immer noch so. Ja. Ich finde aber, dieses Verhalten, was, also wie wir sehen, wie diese Band behandelt wurde, das sehe ich jetzt momentan mehr so bei K-Pop und bei den ganzen Bands. Das fällt mir am meisten auf. Genau, richtig. Ich frage mich, ob sich da wirklich was verändert hat in der Industrie. Nee. Nee, ne? Nee, nee. Man spricht mehr darüber und das ist wichtig und ich finde, wir als Menschen, die halt im Netz unterwegs sind und die halt auch darauf reagieren, müssen uns eigentlich mit diesen Menschen solidarisieren, weil am Ende des Tages unterhalten sie uns und dafür sollte man, finde ich, auch dankbar sein und diese ganzen Shenanigans sein lassen. Dieses unnötige Ausrasten auf Grundlage von gar nichts. Klar, wenn Dinge passieren, muss man, dann ist das fair und der Liam hat auch immer wieder gesagt, dass Cancel Culture auch in seinem Statement, dass Cancel Culture ja niemandem etwas Böses will, sondern es geht darum, halt so. eine Veränderung zu bewirken und da war ich so überrascht. Jemand, der so stark kritisiert wurde, hat immer noch verstanden, dass das Accountability Culture eigentlich ist. Das fand ich sehr spannend bei Liam, weil er hat irgendwie diese, also der, du merkst, dass er sehr, sehr clever ist und Dinge verstehen kann, aber es gibt halt, es ändert halt nichts. Ja. Es hat halt nie etwas geändert. Er hat immer verstanden, was das Problem war. Ja. Er ist einfach sehr verkopft, ne? So, das ist, wenn man halt so Therapie intellektualisiert. das ist ja so ein Phänomen, wenn du es halt nicht wirklich verstehst und fühlen kannst, sondern halt im Kopf kannst du dir das ja alles zurechtlegen. Und das hat man immer sehr gemerkt, dass er sehr in seinem Kopf ist und alles sich zurechtrücken kann, aber er hat sich ja, also es gab ja nie eine Besserung für ihn. Es ist ja, es ist ja wirklich schlimmer und schlimmer und schlimmer geworden, also bis er halt seine, seine Freundin Maja allegedly terrorisiert hat, ne? Das ist schon krass. Also das, das gut, das, ja doch, ist immer noch allegedly, weil sie hat es ja gesagt, dass das passiert ist. Traurig. Es ist sehr tragisch. Mir fällt es auch schwer, so wütend auf ihn zu sein, was er ja angetan hat, auch wenn ich es bin, weil im Großen und Ganzen sieht man einfach die Geschichte einer, einer tragischen Person, dem es irgendwie auch leid tut, der aber dennoch nicht daraus gelernt hat, ne? Gut, und wie gesagt, es ist immer noch eine Geschichte. Also, ja, auch wenn es krasse Parallelen gibt. Aber das müssen wir jetzt genau einfach mal sagen. Und ich hoffe, dass es ihr einfach auch gut geht. Das hoffe ich halt auch. Ja. Dass sie das für sich verarbeiten konnte und dass sie auch weiß, dass sie an gar nichts schuld ist. Sie hat ihr Bestes gegeben, auch jetzt die aktuelle Ex-Freundin, sie hat ihr Bestes gegeben. Man kann nicht immer alle retten, auch wenn man es will. Und ich finde, es ist sehr unfair, so to put the blame auf Menschen, die eh schon ihr Bestes tun. Ne? So in, bei Mallory heißt sie, ne? Die, unsere fiktive Figur, haben wir ja, haben wir ja rausgehört, wie sie sich komplett aufgegeben hat. Ja. Was, was soll man da noch machen? Was soll man da noch machen? Und manchmal ist dieses Aufopfern auch nicht der richtige Weg. Das ist es halt auch. Ja. Was sagt ihr dazu? Habt ihr noch Zusatzinfos, um Liam besser zu verstehen? Noch Hintergrundinfos vielleicht zu den Beziehungen, über die wir gerade gesprochen haben? Gibt es noch andere Beziehungen, die wir uns hätten anschauen sollen? Aber insgesamt, ja, habe ich schon das Gefühl, dass wir irgendwie alles rausgeschrieben haben. Aber schreibt es gerne in den Kommentaren oder einfach nur, so wie ihr euch fühlt, so wie geht es euch? Seid ihr One Direction Fans? So wie, wie geht ihr jetzt damit um? Wie wünscht ihr euch jetzt, wie es so weitergeht? Wir müssen wirklich nachhaltig den Umgang online verändern. Und auch die Presse, die Boulevardpresse muss einiges verändern. Ja. Vor allem, wenn sie auch ernst genommen werden will. Weil wer nimmt, wer nimmt die ernst? Also ich weiß nicht, ob es darum geht, ernst genommen zu werden. Die wollen Geld verdienen. Die wollen, dass die Leute neugierig sind und leben. Zu welchem Preis, ne? Das ist der Punkt. Zu welchem Preis wird das Leben von Menschen ausgeschlachtet? Ja, ja. Okay. Dann, ne, folgt uns auf Instagram, YouTube und TikTok unter ok.chau.podcast und schreibt uns gerne, wenn ihr irgendwas zu sagen habt. Ach, das ist gerade wieder so traurig. Es kommt jetzt wieder ein trauriges ok.chau. Okay, ciao.